Wenn denn deine Frau kann keine türkischen Pizza backen? Und ob ich das kann? Muhy wird heute wieder geprankt. Ich werde nämlich sagen, dass ich statt Rinderhack Schweinefleisch verwendet habe. Oh mein Gott, ich habe so Angst vor seiner Reaktion. Gebt euch mal, wie lecker die Pizza aussieht. Weiß jemand von euch, wie das auf Türkisch heißt? Und, wie schmeckt's? Richtig gut. Ah ja, ich habe diesmal Schweinefleisch verwendet. Warum? Du weißt schon, dass ich kein Schweinefleisch esse. Ja, aber es gab nur noch Schweinefleisch. Oh, wie scheiß Kamera ausmacht. Es war ein Prank. Es ist Rindfleisch. Ja, ich mache doch kein Schweinefleisch rein.